Hallo, liebe Tiefstuhlfreunde, zu einer neuen Ausgabe von One Military Camp. Wie ihr seht, wir haben eine Mission hier noch, auf dieser Karte. Feind von den Toren, die hier oben. Mal schauen, ob wir die von uns spielen können. Ja, okay, geht's. Müssen soll, na geht nicht. Aber bald. Gut, und dann können wir hier hoffentlich unserem Gegner mal ein bisschen Druck machen. Ich finde das Spiel immer noch total genial. Macht Laune. Gut, man macht natürlich immer wieder dasselbe, ist auch klar. Aber es ist nochmal der Inhalt dieses Spiels. Was haben wir hier? Motivationstherapie, Level 2. Ja, das machen wir mal. So, wir haben hier aufgelevelt. Okay. So. Schauen wir ins Lager vorbei hier. Oh, können wir hier aufleveln. Genau. Sehr gut. Noch was war's, ne? Hm. Na? Naja. Faul halt, ne. Ähm, warte mal. Das hab ich doch schon, oder? Das Gebäude. Hm. Das ist ein bisschen blöd, dass man das nicht sehen kann, was man schon hat und was nicht. Schlafklinik haben wir schon, ne? Äh. Schlafklinik haben wir schon, ne? Okay. Hm. Mh. So. Hm. Genau, den nehmen wir hier. Hm. 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 Den brauchen wir. Dann nehmen wir den hier. Das nehmen wir auch her. Wunderbar. Schauen wir mal ob das geht. Fertig, fertig, fertig? Ja. Sehr gut. Müssen-Soldat, Hacker, Sprengstoff, Sprengstoff. Ob das gut gehen wird. Probieren es mal. Wir testen es mal. Was ist hier los? Ja, genau. Brauchen wir mal Aufgaben? Mhm. 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 Das passt. Okay. Mhm. 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 Good. Mhm. 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 So, wir ändern mal ein paar Sachen hier. Ein paar Ziele. Mhm. 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 Ja, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die Verteidigung, da ist einer, der hier, muss man sich selbst besetzen, ne? Oh, da oben ist was los. Unsere Sprengstoffexperten haben große Probleme zum Fuß der großen Mauer zu gelangen. Wenn sie die Mauer nicht rechtzeitig zur Eklation bringen, kann Charlie nicht in die Aktion treten und uns helfen, Berger zu besiegen. Wir müssen jemanden aussenden, der hilft jetzt hinzureichen. Wir machen einen Umweg zu helfen, ja. So, schauen wir mal, wo ich den Tom ein bisschen hinsetzen kann. So, hier vielleicht. Abbrechen wir. Käse. So, das Kommando. Sind alle Kommandos, sind alle schon fertig hier? Ja. So, genau. Ja. Ja. Alles schon fertig? Ja. Mhm. Mhm. Ja, gleich. Ich nehme meine Soldaten hier. Hier. Mhm. Mhm. Die Unterkunft schlägt. Mhm. 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 Ja. So. Mit dem kann ich auch leveln hier? Oh mein du sehr Gott. Wunderbar. Gut, so. Das ist fertig. Yes. Success. Erfolg. Das hat weh getan hier. Okay. Das kann nicht. Das verstehe ich nicht. Berger, du bist verhaftet. Er gibt dich, du hast keine Wahl. Warum hat er nicht geantwortet, als ich ihn am meisten gebraucht habe? Hä? Warte, was hast du gesagt? Lass ihn schon, er reagiert nicht. Er war schon in diesem Zustand, als wir hier ankamen. Dieser arme Wicht hat gehofft, dass Dragan ihm zur Hilfe eilen würde. Aber letzten Endes wurde er verraten. Dragan hat ihn und sein ganzes Gefolge fallen gelassen wie heiße Kartoffeln. Tja, so ist Dragan. Dieser Feigling hat nicht einen Funken Erde im Leib. Werft den Mann auf der Stelle, Offizier? Schon in Ordnung, Feldwebel. Ich habe bekommen, was ich verdiene. Ich habe schreckliche Dinge getan. Ich habe Dragan blind vertraut, aber seht her, wie er mich behandelt hat, als ich in Not war. Er lässt mich hier verrotten, wie welken Kohl. Ich habe ihn angefangen und um Hilfe gebeten, aber er hat sich nicht dafür entschieden, mich zu ignorieren. Was haben wir dir gesagt, Berger? Dragan kann man nicht vertrauen. Er hat alle getäuscht. Der Einzige, für den er sich interessiert, ist er selbst. Und ich habe nicht zugehört. Wie sehr er mich doch geirrt habe. Wie sehr ich mich doch geirrt habe. Vor ein paar Jahren war ich noch ein Herumtreiber. Ich hatte das Gefühl, nirgendwo hinzupassen und von niemandem verstanden zu werden. Egal wohin ich geschaut habe, überall habe ich nur Ungerechtigkeit gesehen. Niemand hat sich um das Leid und die Nöte anderer Leute geschert. Dann habe ich Dragan kennengelernt und plötzlich ergab alles einen Sinn. Er hat mir beigebracht, dass man die Dinge verändern kann, wenn man stark genug ist. Und ich bin ihm blind gefolgt. Ich dachte, wir würden die Welt aus den Angeln heben. Aber schlussendlich bin ich zu dem geworden, was ich am meisten verabscheue. Meinetwegen haben so viele Menschen Leid erfahren. Dragan ist ein Betrüger und ich auch. Der Zweck heiligt eben doch nicht die Mittelberger. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Bedauern. Wir müssen den angestiegenden Schaden beheben. Sind nicht alle wieder wie dieser muffige Paar wie ein Dragan. Wir geben dir eine zweite Chance, Berger. Hilf den Menschen, die unter dir gelitten haben. Bring ihr Wasser wieder zum Laufen und gib dem Flüchtigen Schutz. Du hast doch die Möglichkeiten dazu. Ich? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Feldweber. Ich hatte nicht erwartet, so behandelt zu werden. Ich habe es dir ja gesagt. Wir sind nicht wie Dragan. Es gibt viel zu tun, also macht sich eine Arbeit. Warte. Da gibt es noch etwas, das ihr wissen solltet. Es gibt einen Grund dafür, dass Dragan das Wasser in den Südwesten umgeleitet hat. Der Grund, weshalb wir das Äquedukt gebaut haben. Er braucht das Wasser für seine Chrondomium-Minen. Was ist Chrondomium? Das ist Chrondomium. Wovon redest du da? Chrondomium ist ein wirkliches Mineral. Es ist sehr selten und schwierig zu finden. Ich weiß nicht wieso, aber Dragan versucht alles, um daran zu kommen. Den Grund dafür hat er uns nie verraten. Ich glaube, es ist unglaublich wertvoll. Für den Bergbau benötigt er große Mengen Wasser. Und das Grundwasser in der Region reicht dafür nicht aus. Wie seltsam. Soweit ich weiß, ist doch kein Verwendungszweck für Chrondomium bekannt. Und als wertvolles Mineral gilt das auch nicht. Es ist viel zu porös. Alles daran riecht fischig. Ich bitte Jolie in der Sache zu ermitteln. Aber auf jeden Fall danke für die Information, Börker. Das könnte wichtig sein. Was ich getan habe, tut mir wirklich leid, Feldwebel. Ich werde tun, was ich kann, um das Gleichgewicht in der Wüste wiederherzustellen, um den Menschen vor Ort zu helfen. Das hoffe ich, Börker. Wir behalten dich im Auge. Aber jetzt zurück ins Lager, Leute. Es gibt viel zu tun. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Aber wir können uns jetzt nicht auf unsere Lorbeeren ausruhen. Wir haben noch viel zu tun. Wir müssen unsere Stellung festigen und Diana Birdwistle finden. Habt ihr Diana aufgespürt? Das sind großartige Neuigkeiten. Das haben wir. Wir haben hart gearbeitet. Wir glauben, dass sie in Mountain Chain sein könnte. Unseren Informanten zufolge wird wie von Helga Lund gefangen gehalten. Sie ist die letzte Generalin unter Dragans Kommando. Ich verstehe. Es tut mir leid, aber das macht die ganze Sache komplizierter. Helga ist Dragans rechte Hand. Diana dort herauszuholen, wird ein unmöglicher Auftrag. Für uns ist nichts unmöglich. Wir sind schon so weit gekommen. Wir können Diana retten. Und außerdem haben wir jetzt den Helden des Widerstands in unseren Reihen. Damit kann nichts schief gehen. Naja, ich will nicht gerade Held sagen. Ich bin auch nur so ein Typ. Außerdem bin ich, um ehrlich zu sein, ziemlich außer Form. Was? Hast du mein Trainingsprogramm nicht eingehalten? Ich werde dich hier exerzieren lassen. Als gäbe es kein Morgen. Los geht's. Er ist mit Liegeschütz. Bis du deine Arme nicht mehr spürst. An die Arbeit. So macht das. Was macht man das, Feldwebel? Wie in alten Zeiten. Neuer Held. Detailmenü. Wirtschaftsfenster, Karte. Frage ist, wo ich den Helden wechseln kann. Irgendwo kann ich den wechseln. So, pass auf. Wir werden jetzt hier mal 243 von den Häusern her anschaffen. Genau. Gut. Was haben wir hier? Was? Wir haben ein richtiges Problem. Einer unserer Soldaten kam in sehr schlichtem Zustand zurück. Sieht nach PTBS aus. Das habe ich schon oft gesehen, dass 2000 Yards starren. Damit ist nicht zu spaßen. Der Krieg ist schrecklich und kann nicht für den Rest des Lebens zeichnen. Der Soldat hat Dinge gesehen, wie er ist dramatisiert. Die seelische Gesundheit ist einer der wichtigsten Punkte, wenn es darum geht, die Moral und Zufriedenheit der Kadetten aufrecht zu erhalten. Knau es nicht darum, wenn es um die Pflege der seelischen Gesundheit geht. Und hilf allen, soweit du kannst. Das ist auch die Grundregel unseres Lagers. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Wenn du es noch nicht getan hast, erforsche und baue die Klinik für Psychotherapie und stelle einen Sanitäter ein, der sich um unsere Leute kümmert. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kadetten gesund und munter bleiben. Oh ja. Was ist hier los? Ach, hier kann ich einen aufleveln, ne? Warte mal. Warte mal schnell. Ich würde hier ein paar Sachen wegdrücken, weil wir erstmal den Zeitplan erinnern. Oh, ich muss jetzt alle einzeln aufwerten, ne? Muss ich nicht, ne? Aufwerten. So. Alle, ja genau. So. Es muss hier gehen, aber es muss sein. Okay. So. 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 Das dürfte jetzt kein Problem sein hier, warte mal, nehmen wir extra mal ein bisschen schwächere, damit wir da mehr Erfahrung bekommen hier unten. So, dann im nächsten Teil geht er hier. wir müssen neue Hacker ausbilden, darf ich, sonst wird sie langsam eng die geht zum Beispiel schon, perfekt so, dann sehen wir noch aber Krass. Perfekt. Darf ich noch ein bisschen sehen? Schussschirm, drumherum, was? Zwiebel schrecken Schwierigkeiten. Diese miese Hexe Helga Lund schickt uns Papagata drohen. Sie ist langsam und schwerfällig, aber sehr effektiv. Sie werfen Flugblätter mit vulgären Lügen ab, die unsere Rekruten verwirren. Und das Schlimmste ist, sie sind echt schwer abzuschießen. Sie verfügen über komplexe Verteidigungsschmelde, die sie unangreifbar machen oder durch unsere Verteidigung machen. Wir reden hier von allerbesten Luftfahrtechnologie. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Unsere Wissenschaftler arbeiten schon genau mit Zeit an einer Lösung für das Schildproblem. Wir können in unserem Forschungsbau Schildstörer entwickeln. Wie die Antidrohnenbatterien müssen die Störer im Aktionsradius einer Sicherheitszentrale gebaut und von unserem Sicherheitsbeauftragten geblieben werden. Wenn sich eine feindliche Drohne dem Störsender nähert, verliert sie ihr Schutzschild und kann von unseren Geschützbatterien abgeschossen werden. Falls du es noch nicht getan hast, hol dir im Forschungsbaum das Upgrade Schildstörer und baue einen. Der Gedulds-Propaganda-Apparat muss aufgehalten werden. 3.000, reicht doch nicht. Ne, hab ich dann wieder nichts. Muss jetzt warten bis der fertig ist, ne? Scheiße, das ist doof. Das ist blöd. Äh, die kann man jetzt hier ausbilden, genau. Ähm. Jawoll, Mission erfüllt. Sehr gut. So, wir sind hinterher. Ja, können wir nicht, ne? Wir haben keine Leute mehr. Okay, alle. Ja, wir müssen erst mal warten bis wir alle fit sind. Sehr gut. Wie könnte die gehen, oder? Panzer-Salon? Wir haben das. Genau. 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 Das geht auch. Das geht auch. Sehr gut. So, wie viel fehlt noch für die... Na, der schießt mir alles zusammen hier. Hm. Nerv. Ich besser wissen. Ja. 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 Hm. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Entstanden! Ja, Herr! Ja, Herr! Ja, Herr! Copy das! Awesome! Alright! Ja, Herr! Ja, Herr! Ja, Herr! Ja, Herr! Mhm! Mhm! So, gleich können wir hier das eine Bauern, was fehlt und zwar diese Splitter Schildstörner, genau. 3,000 Euro dafür. Ja! Ja, das ist ja sehr schön. Ja, das ist ja 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 schön. Das ist ja schön. Ja! Ja, das ist ja schön. Müssen wir da drüben eigentlich hinbauen, ne? Eine Sicherheitszentrale hier oben irgendwo. Ja, auch nicht schlecht. Sicherheitszentrale, Verteidigung. Ja, das ist ja ganz schön. Ja, genau hier. Das ist ja schön. Ja! Ja, das ist ja schön! Ja! 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 Ja, ja! Ja, ja! Sehlos! Jawohl! Success! Perfekt! Bitte verletzt uns nichts! Hä? Euch verletzen? Warum besetzt hier unser Dorf? Was wollt ihr von uns? Lasst uns in Frieden! Versteh kein Wort, wir sind hier um euch zu retten! Das verrückt! Schnell raus hier Schatz! Du hast recht, verstecken wir uns! Was war denn das gerade? Das ist wirklich seltsam! So eine Reaktion habe ich noch nie erlebt! Als hätten sie Angst vor uns! Angst? Warum sollten sie Angst vor uns haben? Keine Ahnung, aber das finde ich schon noch heraus! Gehen wir zurück zum Lager! Entschuldigen Sie bitte Sir! Sind Sie schon Hawkins? Sie haben mich erkannt? In der Tat fällt mir schon Hawkins! Vom One Military Camp! Sehr freut! Wie schrecklich! Sie haben wirklich die Reistigkeit hier aufzukreuzen! Was? Hey schaut alle her! Das ist dieser böse alte Mann! Ich glaube es ja nicht! Du willst uns alle davon abhalten Urlaub zu nehmen! Und uns dann für das Militär zwankenpflichten! Oder wie? Das Brot! Jämmerlicher alter Sack! Verbitterter alter Lappen! Los zeig das ihm! Sieh Leine alter Mann! Du wirst uns nicht unsere Urlaubstage nehmen! Wom geht es hier überhaupt? Wann soll ich das gesagt haben? Kann mir bitte jemand erklären was hier los ist? Oh! Ich fürchte ich weiß was los ist! Fake News! Fake News? Was in aller Welt soll das denn schon wieder sein? Lügen! Ich überprüfe das mal! Ja so sieht es aus! Hegel nun verbreitet über die Presse und die sozialen Medien Fake News um uns zu diskreditieren! Alle Fernsehzenter und Zeitungen fressen ihn aus der Hand! Korruption, Kleinkrimine, Leganderei! Ja aber es wirkt! In den Nachrichten wird berichtet, dass John Hawkins geheimes Tagebuch gefunden werden soll! Oder sein soll! Was für ein Blödsinn! Ich habe überhaupt kein Tagebuch! Wenn ich etwas zu sagen habe, sage ich es den Leuten direkt ins Gesicht! Der Presse nach zu urteilen steht in diesem geheimen Tagebuch, dass John Hawkins plane Urlaub zu verbieten! Außerdem sollen wir jeden zum Militärdienst und einem mädlerischen Trainingsprogramm verpflichten wollen! Aber ich liebe Urlaub! Ein bisschen Sonne auf der Haut, verreisen, Nippes, andere Kulturen entdecken, neue Kohlenrezepte ausprobieren! Was gibt es Besseres? Das würde ich niemals verbieten! Und genauso wenig würde ich jemandem zur Militärdienst verpflichten! Das ist völliger Unsinn! Wir können mit diesem Altraum Einhalt gebieten! Das wird nicht einfach! Skrupellose Menschen machen sich Fake News zunutze, um andere zu manipulieren! Dagegen anzukämpfen ist nicht einfach! Selbst wenn etwas als Lüge enttarnt wird, ist das Gerücht in der Welt und der Schaden bereits angerichtet! Man kann den Lügen nur mit Informationen beikommen, den Leuten beibringen kritisch zu hinterfragen und jenen, die sie manipulieren wollen, nicht blind zu vertrauen! Leider sind diese Methoden in unserer Gesellschaft sehr beliebt geworden! Bilder, Stürmer, Kulturräuber, Puppenspieler nutzen die Leute aus mit ihren fetten Lügen und ihren marktschreinerischen Propaganda! Wir müssen ihnen die Lügen ankämpfen und die Trager und Helga land verbreiten! Damit kommen sie nicht davon! Gut gesagt! Wir bekämpfen die Lügen mit Wahrheit und Mut! Keine Sorge fällt mir wirklich! Ich glaube wir haben jemanden im Team, der uns helfen kann! Okay! Jetzt würde ich noch gerne eine Mission machen in dieser Folge! Geht das noch? Ja, müsste funktionieren! So eine kleine hier, damit wir da mal weiterkommen! Ne, machen wir nicht! Aber diese können wir machen, oder? Ne, können wir nicht! Äh, doch! Na, 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 na! Gut! Ein paar Sprengstoff-Experten, wenn das geht! Oh, jetzt können wir diese Ding verschalten! Warte mal! Genau! Oh, jetzt können wir diese Ding verschalten! Oh! Oh! Pass auf! Verteidigung! Schildstörter! Genau! So! Das ist ein tolles Ding! Das ist ein tolles Ding! So, wir müssen kurz gucken! Wo bin ich hier? Äh, warte mal! Oh! Das ist ein tolles Ding! Wir haben auch noch keinen Grund! Wie soll ich das nicht sagen? Höchst du schon? Na, was soll ich ein Ding? Wie soll ich da listen? Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine sehr schöne Pause wieder mit der Folge. Und dann geht es nächstes Mal weiter bei One Military Camp. Genau, so will ich es sagen. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, tschüss.